Willkommen zu den Lockdown News. Heute zu folgenden Themen. Erstens Merkels Purzelbaum rückwärts in der Corona-Politik und was da eigentlich hinterstand. Zweitens zum gestrigen Housing Action Day. Drittens wie eine Gesetzesinitiative gegen rechte Feindeslisten sich letztendlich gegen AntifaschistInnen richten könnte. Und viertens wie der Schuldenberg in Deutschland explodiert. Nicht wenige von uns haben sich in der vergangenen Woche gleich zweimal die Augen gerieben. Was davon ganz oben in der Corona-Politik beschlossen wurde. Am Montag tagte ja die Bund-Länder-Konferenz bis tief in die Nacht. Weil sich wohl eine bundesweite Ausgangssperre nicht durchsetzen ließ, zauberte Merkel nach acht Stunden Verhandlungen die Idee eines Oster-Lockdowns aus dem Hut. Das Positive an dem Vorschlag war, es sollte zwei weitere Ruhetage am Gründonnerstag und am Ostersamstag geben. Es wäre nur richtig gewesen, diese dann natürlich auch klipp und klar als arbeitsfreie Feiertage zu deklarieren. Für uns ArbeiterInnen grundsätzlich eine gute Sache. Vor allem, weil in diesem Jahr etliche Feiertage auf einen Samstag fallen und wir damit weniger Feiertage haben. Problematisch war, dass dies mit verschärften Kontaktbeschränkungen diskutiert wurde, anstatt endlich mal den Spieß umzudrehen, dem Privaten an der frischen Luft etwas mehr Freiraum zu geben und die Wirtschaft dafür herunterzufahren. Noch am folgenden Tag kam dann der Sturm der Entrüstung. Ausschlaggebend waren dabei sicherlich nicht die Rufe derjenigen, die einfach nur noch wütend auf die einseitige Corona-Politik der Regierung sind, sondern ausschlaggebend waren die Zwischenrufe der KapitalistInnen. Diese kreischten über unterbrochenen Lieferketten, notwendige Mehrzahlungen für ArbeiterInnen und logistische Schwierigkeiten. Noch am Mittwochmorgen dann die Eilmeldung aufs Handy. Merkel macht einen Purzelbaum rückwärts. Rücknahme der Ruhetage. Während der Freizeitdokton bleibt, soll die Profitwirtschaft doch nicht ihren Beitrag leisten. Und hier ging es um zwei Tage, davon einer ein Samstag. Das zeigt, wie wenig man bereit ist in der Politik, den Arbeitsplatz als einen der Hauptinfektionsherde wirklich einzudämmen, wie man über Monate die Rufe von Millionen Kontaktbeschränkten ignoriert und gleichzeitig bei lauten und finanzstarken Brüllern der Kapitalverbände einknickt. Um das zerstörte Vertrauen in die Regierung ist es nicht schade. Nur müssen gerade wir ArbeiterInnen die richtigen Schlüsse daraus ziehen, statt frustriert die Pandemie weiterhin auf unserem Rücken austragen zu lassen. Da der Staat logischerweise nicht willens ist, effektive Maßnahmen gegen die Pandemie zu ergreifen, sofern sie die Profite von KapitalistInnen wie VW oder Biontech einschränken, dürfen auch wir uns von derartigen Märchen nicht mehr einlullen lassen. Es gilt in verschiedenen Bereichen, dort, wo wir von der Krise betroffen sind, vor unsere konkreten Interessen einzustehen und gleichzeitig über eine Alternative zu diesem maroden Kapitalismus zu diskutieren. Ganz konkret geschieht dies bereits zum Beispiel gestern. Und damit kommen wir zu unserer zweiten Nachricht, dem Housing Action Day. Gestern war in ganz Europa der Housing Action Day ein Aktionstag für bezahlbare Mieten, gegen Spekulationen mit Mietobjekten und für das Menschenrecht auf Wohnen. In diesem Jahr formulierte das Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn zum Housing Action Day vier zentrale Forderungen. Erstens. Wohnung für alle, Wohnungslose und Geflüchtete in Wohnungen oder Hotels unterbringen, Leerstand beenden, Besetzung legalisieren und mehr Plätze in Frauenhäusern. Zwangsräumung, Versorgungssperren und Kündigungen sollen verhindert werden. Zweitens. Mietschulden erlassen, Wohnraum, Kleingewerbe, Kulturszenen und soziale Zentren sichern. Keine Subventionen für hohe Mieten und FinanzinvestorInnen. Drittens. Mieten senken, Gewinne umverteilen, Höchstmieten festsetzen, Krisengewinne abschöpfen, Sonderabgabe zur Bewältigung der Corona-Krise. Viertens. Bodenspekulation beenden, Wohnungskonzerne vergesellschaften, Wohnraum und Boden dürfen keine Ware sein. In rund 25 Städten in Deutschland wurden diese und weitere Forderungen auf die Straße getragen. In Berlin kamen rund 2000 Menschen zusammen zu einer Demonstration. Diese Aktion wurde von zahlreichen Kundgebungen ergänzt, etwa bei der Initiative Linie 206 bleibt, die um das Hausprojekt der besetzten Linienstraße 206 kämpfen. Berlin blickt auf ein Jahr voller Räumungen bekannte Hausprojekte zurück. Das Syndikat, die Liebig 34, die Habersatzstraße und die Rummelsburger Bucht verloren während der Pandemie ihre Räume. Auch die kollektiv betriebene Kneipe Meuterei wurde kürzlich geräumt und so kritisierten Berliner AktivistInnen, dass Stadtbild und Gastronomie sich immer mehr dem Tourismus und größeren Ketten anbiedern müsse. In Frankfurt kamen einige Dutzend zum Prozess zusammen. Sie forderten Enteignung von Immobilienkonzernen, Vergesellschaftung von Wohnraum und Sozialbau für bezahlbare Mieten. Die Initiative Mietenentscheid Frankfurt verlieh auf der Kundgebung einen Preis für die 30. Mieterhöhung. Dieser ging an die landeseigene Wohnungsgesellschaft NH. In Leipzig fanden insgesamt vier Kundgebung-Demonstrationen statt. Eine größere Demo startete in Connewitz. Sie wurde ergänzt durch eine Kundgebung organisiert von Stadt für Alle, Musikerviertel, Vernetzung Süd und dem Solidaritätsnetzwerk Leipzig. Dort berichteten auch Betroffene von viel zu kleinen Wohnungen, Ängsten um die Existenz und Soforthilfen, die nicht ankommen. Auch in Köln nahmen rund 150 Menschen einer Kundgebung in der Innenstadt teil. Ein breites Bündnis forderte dort gemeinsam das Recht auf Wohnen für Menschen, nicht für Profite ein. Auch eine Betroffene kam dort zu Wort, eine junge Mütter berichtete von ihrer Wohnsituation bei der katholischen Wohnungsgesellschaft DEWOG. Diese ist so verschimmelt, dass ihr Sohn aus gesundheitlichen Gründen eigentlich bei den Großeltern leben muss. Nun geht es ihr wie vielen und auch sie ist von Verdrängung bedroht. Das Bündnis Marburg gegen Mietenwahnsinn organisierte eine Demonstration durch die Marburger Innenstadt. In Stuttgart versammelten sich rund 200 Personen am Erwin-Schöttele-Platz. Dort berichteten auch die Kolleginnen Rosevita und Adriana, die ehemaligen HausbesetzerInnen der Wilhelm-Rabe-Straße 4, von der üblen Repression, die sie Seiten des Staates und der Justiz ertragen mussten, während aber reiche Immobilienbesitzer geschützt werden, obwohl sie massenhaft Profite scheffeln und Wohnen unbezahlbar machen. Im Kampf gegen Ungerechtigkeit ist es oft auch notwendig, die direkt Verantwortlichen zu benennen. Aber das könnte mit einem neuen Gesetz in Zukunft erschwert werden. Und damit kommen wir zur dritten Nachricht hier bei den Lockdown News. Am Freitag vor einer Woche beschloss das Bundeskabinett nämlich einen Gesetzentwurf zur Schaffung eines neuen Straftatbestands. Die sogenannte, Zitat, gefährdende Veröffentlichung personenbezogener Daten. Dies soll in einem neuen § 126a geregelt werden. Demnach soll es in Zukunft strafbar sein, persönliche Daten einer anderen Person, wie zum Beispiel Name und Anschrift, öffentlich auf einer Kundgebung oder im Internet zu verbreiten, wenn dies dazu geeignet wäre, dieser Person einer Straftat auszusetzen, die sich gegen ihre sexuelle Selbstbestimmung, körperliche Unversehrheit, persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von bedeutendem Wert richten könnte. Es droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe. Das Bundesjustizministerium bezeichnet das Gesetz als Maßnahme zur Verbesserung des strafrechtlichen Schutzes gegen sogenannte Feindeslisten. In der Vergangenheit waren bei faschistischen Terrorgruppen immer wieder detaillierte Listen von Personen gefunden worden, die konkrete Ziele von Anschlägen sein sollten. Doch genau solche Listen werden mit dem Gesetzentwurf nicht direkt unter Strafe gestellt, außer sie würden öffentlich ins Internet gestellt. Was eher selten bei einer ernsthaften Vorbereitung eines rechten Angriffs geschieht. Gegen die Feindeslisten, die teilweise bei den Terrorgruppen Nationalsozialistischer Untergrund, NSU oder Nordkreuz gefunden wurden, würde dieses Gesetz nicht helfen. Natürlich sind von faschistischer Seite aus öffentliche Listen versehen mit Aufforderungen, die Person könnte ja mal Besuch bekommen, auch zur Einschüchterung gedacht. Das öffentliche Verbreiten solcher Listen kann in Zukunft bestraft werden. Doch dies kann sich auch gegen konsequente Nazi-GegnerInnen richten. Der Gesetzentwurf unterscheidet nämlich nicht zwischen den ideologischen Hintergründen bei der Erfassung und der Veröffentlichung personenbezogener Daten. Journalistische Berichterstattungen werden davon nicht ausgenommen, ebenso wenig die Recherchearbeit von Vereinen und antifaschistischen Gruppierungen. Wer in Zukunft beispielsweise Flugblätter mit Namen und Anschrift eines Neonazis und Hinweis auf seine menschenverachtende Gesinnung in seiner Nachbarschaft verteilt hat, könnte in Zukunft mit dem neuen Gesetz bestraft werden. Dasselbe gilt für MietaktivistInnen, die auf einer Kundgebung Namen und Anschrift einer oder eines Immobilienspekulanten nennen, verbunden mit der Aufforderung, Proteste vor dem Wohnhaus der Person zu organisieren. Denn das könnte als einschüchternd wahrgenommen werden. Und es reicht eben auch, wenn die Veröffentlichung Zitat Unsicherheit oder Furcht auslöst und als bedrohliche empfunden wird, wohingegen ein Bezug zu einer konkreten Tat meist nicht gegeben ist. Zitat Ende. Die neue Verordnung richtet sich also nicht primär gegen Feindeslisten, sondern vielmehr gegen die politische Praxis des Outings allgemein. Damit kann das Gesetz, das nach außen als Kampf gegen Rechts verkauft wird, sich ebenso in ein Instrument zum Kampf gegen AntifaschistInnen und linke AktivistInnen verwandeln. Zuletzt noch eine Kurzemeldung. Mit den Folgen der Corona-Politik des Staates werden wir uns noch länger beschäftigen dürfen. Denn dieser greift ja aktuell nicht in die Taschen der Krisengewinner, um zum Beispiel das Kurzarbeitergeld zu bezahlen, sondern nahm neue Schulden auf im vergangenen Jahr. Mit dem Jahresende 2020 stiegen die Schulden von Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen laut dem Statistischen Bundesamt auf rund 2.200 Milliarden Euro. Das entspricht einem gigantischen Einstieg von 14,4% zum Vorjahr. Auch in nächster Zeit wird der Schuldenberg der Bundesrepublik weiter ansteigen. Für das Jahr 2021 sieht der Bund eine Neuverschuldung von 240 Milliarden Euro vor, fast so viel wie 2020 und auch für 2022 wird Neuverschuldung berechnet. Hier sind bisher 81,5 Milliarden Euro eingeplant. 2023 sollen die Schulden nur noch 8,3 Milliarden Euro ausmachen. Dazwischen wird dann auch die Frage entschieden werden, wer wie für diese Krise zahlen soll. Das war es wieder mit den Lockdown News. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, teilt das Video in eurer Story, sendet es euren Freunden, liked es und schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin.